Bei den Kommunalwahlen am 13. September 2020 entscheiden wir Oberhausener über die Zukunft unserer Stadt. Als Spitzenkandidat der Freien Demokraten möchte ich mitgestalten und an dieser Zukunft mitarbeiten. Ich heiße Marc Hoff, bin 1970 in Oberhausen geboren, verheiratet und Vater einer vierjährigen Tochter. Beruflich leite ich das Wahlkreisbüros unseres Bundestagsabgeordneten, nebenberuflich moderiere ich Veranstaltungen im kulturellen und im sportlichen Bereich. Als Vater ist mir natürlich die Bildungspolitik ganz besonders wichtig, z.B. flexiblere Kita-Zeiten oder auch bessere Ausstattungen an unseren Schulen für unsere Kinder. Aber auch in der Mobilität, das ist ein zweites Herzensthema von mir, ist mir z.B. wichtig, dass auch die Chancen und Möglichkeiten der Digitalisierung dort Einzug halten. Z.B. neue Arten der öffentlichen Verkehrsmittel oder auch eine intelligente digitale Verkehrsführung hilft Staus zu vermeiden und natürlich auch die Luft reinzuhalten. Also ist es auch gut für unsere Umwelt. Und an diesen Ansätzen möchte ich gerne mitarbeiten und bitte am 13. September um Ihre Stimme und um Ihr Vertrauen. Vielen Dank!